Im Thema Digitalisierung an sich mit Tools wie B-Project sind wir eigentlich im Moment in der Vorreiterposition. Auch mit Visualisierungstools, wie man sowas auch mit Geoinformationssystemen verbinden kann, dort sind wir in einer Vorreiterposition. Aber auch im Thema BIM sind wir ganz gut dabei, also Building Information Modeling, wie man modellbasiert Planung macht für das, was wir dann auf der Baustelle ausführen. Wir haben zum Beispiel einen Anker-Aufreisautomat entwickelt, der einfach Vorteile bringt im Bereich Anker. Wir haben den Silent Bucket hier mit ausgestellt, den wir in dem Jahr gezeigt haben, auch auf der Bauma. Diese MIP-Schneckenverbindung, wie wir sie hier sehen, die Innovation kommt im Prinzip aus einem ganz anderen Bereich und man hat dadurch viele, viele Vorteile generieren können. Der Verbinder wird günstiger, die Arbeit wird sicherer und schneller. Ich selber finde das B-Project oder das auch das Field Data wunderbar interessant. Ich habe erst vor drei Monaten zu Bauern gewechselt, habe früher bei einer Firma in Australien gearbeitet, auch genau da an solchen Techniken gebastelt. Damals noch eigentlich mehr mit Tabellen, aber versucht alles Mögliche zu verlinken. Also es ist genau, ich sehe den Grund für das alles und ich finde das faszinierend, wie weit sie schon gekommen sind. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.